Besser, als dass ich euch einfach erzähle, was die besten Sorten von einer gewissen Marke sind. Ist doch die Idee, dass ich euch abstimmen lasse, ihr mitvotet und wir dann herausfinden, was raucht die Community am liebsten von einer gewissen Marke, heute mit Aquamenta. Es ist mittlerweile die dritte Tabakmarke, wo ich euch habe abstimmen lassen. Ihr habt gevotet, die Ergebnisse sind drinne und holy shit, das sind wirklich einige bei Aquamenta, wo ihr die Votes draufgeklatscht habt. Es bleibt erstmal relativ nah beieinander und dann trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wir fangen einfach direkt unten an, gucken uns an, wo ihr abgestimmt habt. Denkt dran, es geht um die Lieblingssorten, das heißt, die Sorten, die ganz unten auf der Liste sind, müssen nicht unbedingt schlecht sein, aber es sind tendenziell von wenigen Leuten die Lieblingssorten. Von allen Stimmen, die abgegeben wurden, hat diese Sorte nur 21 Stimmen abbekommen, und zwar der Zero von Aquamenta. Wir machen auch relativ zügig weiter mit den unteren Sorten. Wir hustlen da jetzt einmal durch, damit wir zu den besseren Sorten kommen, weil ich denke, das ist das, was die meisten am meisten interessiert. Der vorletzte Platz mit 37 Votes ging an Bubble. Ebenfalls 37 Votes ging an Red Falls. 43 ging an Green Snake. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, wobei es geht halt wie gesagt um Lieblingssorten. Der Green Snake ist halt der Gurke von Aquamenta. Und ich muss sagen, für einen Gurketabak war der hervorragend, war wirklich ein guter Gurkentabak. Aber gut, wie viele Leute kennt man, die sagen, ja, Digga, Gurkentabak ist mein absoluter Lieblingstabak. Wahrscheinlich halt eher weniger so. Ebenfalls 43 Votes hat der Blue Ice bekommen. Und dann mit 50 Votes kommt schon eine Sorte von Aquamenta, die ich persönlich extrem gerne geraucht habe, und zwar der Wald Mango. Der hat jetzt auch nochmal eine Neuauflage bekommen. Wollte ich mir auch nochmal genauer angucken, wie jetzt die Neuauflage so schmeckt. Aber für mich war das echt ein leckerer Mango-Tabak. Scheinen nicht viele zu teilen, die Meinung. Mit 52 Votes ist auf dem nächsten Platz der Loco. Und auch bei dem hätte ich gedacht, dass der echt weiter oben auf der Liste ist. Der Loco ist ein Moloco-Tabak. Und eigentlich hatte ich da immer nur sehr, sehr positive Sachen von der Community gehört. Zwei Votes mehr hat der Crazy Chief. Das ist übrigens der neue Name für den Peach-Tabak. Und auch den Peach habe ich echt gerne geraucht. Gerade die zwei, der Mango und der Pfirsich, waren so die ersten zwei Sorten von Aquamenta, die ich echt gerne und echt viel geraucht habe. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Aber ich habe die damals echt gemocht. 63 Votes gingen an den Phanex. Oder Phanex? Ich habe literally keine Ahnung, was das für eine Sorte ist. Und wieder ein Platz mit gleich vielen Votes wie sein Mitbestreiter, der Red Malina von Aquamenta. Dann geht es immerhin ein paar Votes von 63 auf 89 nach oben, der Red Balls, a.k.a. der Cherry von Aquamenta. Und wenn ihr den besser einstuft als den Pfirsich und als den Mango, dann muss ich den, glaube ich, mal probieren. Weil Kirsche sehr, sehr schwierig zu treffen ist, meiner Meinung nach. Und den von Aquamenta habe ich noch nicht probiert. Aber wenn ihr sagt, tendenziell geiler als der Pfirsich oder der Mango, dann muss ich den probieren. So langsam kommen wir in die Regionen an Tabaksorten, wo ich sage, da ist wirklich fast jede Sorte geil. Und da würde es mir teilweise echt schwerfallen zu sagen, das ist ein Lieblingstabak von mir und das vielleicht nicht. Als erstes haben wir da sogar eine relativ neue Sorte von Aquamenta, und zwar den Purple Teenie. Sehr wilder Name. Ist eigentlich der Mangosteen. Der hieß auch früher noch ein bisschen anders, aber boah, der war super geil. Ich glaube, die wenigsten Leute kannten davor die Frucht Mangostan. Ich habe zumindest, bevor ich von diesem Tabak gehört habe, nie was von der Frucht gehört. Aber der Tabak war echt lecker. Und auch der nächste mit 112 Votes, der Plum Mix, beziehungsweise wie er jetzt heißt, der Violet Dream, war ein echt sehr leckerer Tabak. Ich habe davor noch kein Pflaume-Tabak probiert. Dann kam der Aquamenta um die Ecke und war echt sehr, sehr nice. Und der hat mich jetzt so ein bisschen enttäuscht. Nur 122 Stimmen für den Red & Green finde ich echt ein bisschen fies. Ich finde, der hätte wirklich mehr verdient. Der Red & Green war eine Mischung aus einem grünen und einem roten Apfel, nicht zu verwechseln mit Doppelapfel, weil es hat nichts mit Doppelapfel zu tun. Es ist wirklich ein fruchtiger Apfeltabak. Und trotzdem ist der relativ weit unten. Finde ich krass. Und sein Namensvetter, der Red & Blue, ist auch direkt einen Platz oben drüber. Der hat nämlich 123 Votes bekommen. Der Red & Blue ist übrigens ein Bären-Mix. Den fand ich auch ganz gut. Aber der wäre bei mir vielleicht nicht dabei gewesen, hätte ich mir nur meine drei Lieblingssorten von Aquamenta aussuchen dürfen. Und auch auf den nächsten trifft das zu. Mit 129 Votes, der Colors. Ein wilder, wilder und sehr bunter Früchte-Mix. Bunter Früchte-Mix Colors. Ist auf dem nächsten Platz. Für mich war der echt gut, aber für mich war der ein bisschen zu viel Früchte-Mix drinnen. Also es war für mich ein bisschen zu wild gemixt, als dass ich da irgendwie noch ganz speziell irgendwelche Sachen hätte rausschmecken können. Und irgendwie ist da für mich zu viel untergegangen. Ist eine gute Sorte gewesen, aber wäre auch nicht bei meinen drei Lieblingssorten dabei, wenn man sich nur drei aussuchen darf. 211 Votes hat der Kamasutra bekommen. Kamasutra für mich auch wirklich eine sehr geile Sorte gewesen. Da hätte es durchaus passieren können, dass ich ein Vote da lasse. Der Kamasutra, das ist ein schwarzer Bären-Mix und ich habe den sehr gerne und sehr oft geraucht und auch noch sehr, sehr oft gemischt. Hatte ich jetzt länger nicht mehr. Sollte ich mir vielleicht mal wiederholen. Mit 218 Votes auf Platz Nummer 6. Der neue Golden Leo ist ein guter Zitronentabak geworden, der sehr nice abgerundet ist, der sehr lecker schmeckt und da überrascht mich das auch definitiv nicht, dass der so weit oben im Ranking ist. So, kommen wir zu der Top 5. Eure 5 meistgevotetsten, als Lieblingssorten abgestempelten Sorten von Aquamenta. Mit 229 Votes der Typ Java oder wie er früher hieß Tropical Gava, also ein Guaven-Tabak. Der Tropical Gava war für mich eine Sorte, die mich irgendwie überrascht hat, weil es hieß, es soll die Guave mit einer Energy-Note sein. Und als ich das gehört habe, dachte ich halt an diesen Energy-Drink, der, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube der lila eine Rockstar oder so, sollte nach Guave schmecken mit Energy. Und da war ich so, boah, ich trinke eigentlich echt nicht so gerne Energy, vor allem nicht diesen Guave. Und dann habe ich den Tabak probiert und die Energy-Note war zum Glück sehr weit im Hintergrund, sodass es einfach nur ein sehr leckerer Guaven-Tabak war. Und dadurch hat er mir doch gut gefallen. 275 Votes gehen an den Platz Nummer 4 und zwar den Black & White. Ein Traube-Tabak von Aquamenta, der aber irgendwie sehr schwer zu beschreiben ist, weil er irgendwie doch anders ist als andere Traube-Minze-Sorten. Er ist lecker, keine Frage. Der wäre, na, ich glaube, der hätte es bei mir nicht ganz reingeschafft. Das wäre auf jeden Fall knapp gewesen. Es ist eine schwarze Traube und eine weiße Traube. Ich habe aber immer noch das Gefühl, dass da ab und zu so eine winzige kleine Note an Cremig mit dabei ist. Ich weiß nicht, wo es herkommt. Es ist wie ein Schuss Sahne, keine Ahnung. Ist schwer zu beschreiben. Aber der ist gut geworden. Es ist trotzdem ein fruchtiger Tabak. Aber wenn ihr mir mal in die Kommentare schreiben könntet, wie sich der Black & White von einem normalen Traube-Minze unterscheidet, wenn ihr da die Worte verfüttet, macht das sehr gerne. Zwischendrin, Leute, wenn euch die Videos hier gefallen, dann lasst mir auf jeden Fall sehr gerne ein Abo da. Wir haben es nicht mehr weit zu den 100.000. Und ich zähle auf euren Support. Ich würde mich freuen. Kuss an jeden, der da ein Abo dalässt. 305 Votes für den Platz Nummer 3, der Golden Anna. Und der wäre bei mir hundertprozentig auch mit dabei gewesen. Für den habe ich auch meine Stimme abgegeben. Ein Ananas-Tabak. Und für mich, ich glaube, der absolut beste Ananas-Tabak, den es bei Virginia überhaupt gibt. Absolut verdienter Platz 3. Supergeile Ananas. 368 Votes gehen an den Platz Nummer 2. Der überrascht mich nicht, weil ich weiß, dass den sehr viele Leute mögen. Ich muss aber sagen, da teile ich eure Meinung ehrlich gesagt nicht so. Der Black Box. Ich weiß nicht, diese Acai, Acai, Acai oder wie auch immer man es noch aussprechen könnte. Es ist irgendwie nichts für mich. Also irgendwie holen die mich nicht ab. Die sollen schmecken wie diese Energies, die nach Acai schmecken. Ich weiß nicht, ich werde damit leider einfach nicht warm. Für mich ist das Ding nix, aber ich weiß, dass den eben wirklich viele Leute sehr gerne rauchen. Die nächste Abstimmung läuft übrigens auch schon. Das heißt, lasst sehr, sehr gerne eure Votes da. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Könnt ihr draufklicken und dann geht es zum nächsten Voting, damit die Reihe hier auch weiter vorangeht. Und mit einem Sprung von 308 auf 655 Votes, also eine ganz, ganz, ganz klare Platz Nummer 1, geht an den Green Leo, der neue Limettentabak von Aquamenta, was bei mir der erste Tabak ist, der dem Green Lean von Hukain ernsthaft Probleme macht. Oder was heißt Probleme? Es ist der erste Tabak, der für mich an den Green Lean bei Limette auf Virginia-Basis rankommt. Also es ist wirklich ein unglaublich nicer Limetten-Flavor geworden. Ich rauche beide sehr gerne, sowohl den Green Leo als auch den Green Lean. Aber der Green Leo, absolutes Brett, hervorragende Sorte gewesen, mega gut abgemischt und einfach geil. Verdient der Platz 1. Das ist der erste Tabak, der in der Videobeschreibung ist,